Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Cero El Mero, Ghetto Diamant. Im August letzten Jahres veröffentlichte Cero El Mero sein Debütalbum Baby Face Flow. Jetzt steht das zweite Album des Bremer Hafners an. Ghetto Diamant kommt mit 17 Tracks und beinhaltet unter anderem ein Feature von Nemo. Das Release kommt über Groove Deck Tracks und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.